Herzlich willkommen zu den Top 100 Buchtipps. Mein Name ist Dominik Guilla, hier stelle ich dir meine absoluten Favorite Books vor. Heute habe ich ein Buch für dich dabei, was ich aus einem ganz bestimmten Grund besonders spannend finde. Es fasst sehr kompakt gutes fundiertes Wissen auf rund 100 Seiten zusammen. Und zwar zu dem Thema Investieren. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, Dominik, in was investierst du? Und dann bekommen die Leute die Antworten, okay, ich habe vermietete Wohnungen, ich habe einen ETF-Sparplan, ich habe noch ein paar andere Geschichten, auch Einzelaktien. Und dann kommt natürlich direkt die nächste Frage, woher hast du dein Wissen, wo informierst du dich? Und die einfache Wahrheit ist, ganz viel Wissen habe ich schlichtweg aus Büchern. Heute habe ich ein Buch für dich dabei und dort dreht sich alles um das Thema Börse. Und ich finde es super gut aus dem Grund, dass es das Thema sehr einfach, überschaubar und kompakt, aber doch fundiert aufbereitet. Neben mir mein Buchkoffer mit den Top-Buchempfehlungen. Und heute empfehle ich euch das Buch, mein Börsenhandbuch vom Börsenneuling zum erfolgreichen Investor von Florian Stanlein. Und die Story ist ganz spannend, die dahinter steckt, wie das Buch entstanden ist. Nämlich, er war auf einer Familienfeier und dann hat er gemerkt, hey, seine eigene Schwester hat dort vieles nicht an Wissen und hat sich dann so gedacht, was kann ich da machen, um sie dort ein bisschen zu supporten, weil er selbst war dort schon tätig, hat schon investiert an der Börse etc. Und dann hat er gesagt, ich schicke dir jetzt jeden Tag eine WhatsApp-Message mit meinem Börsentipp des Tages. Und zwar 60 Tage lang. So ist die ganze Idee entstanden auch zu dem Buch. In diesem Buch findet ihr damit auch die Börsenweisheiten des Tages, hat er es selbst genannt. Und beginnt natürlich mit der allerersten Börsenweisheit, nämlich was ist überhaupt eine Aktie. Geht dann weiter, zum Beispiel Börseneinheit Nummer 7 ist, was ist eine Dividende. Und dann zieht sich das Ganze durch über die Seiten hier mit den Börsenweisheiten und ist natürlich verschiedenen Kapiteln zugeordnet. Das heißt, das Ganze ist untergliedert in elf Kapitel, zwei Kapitel auch. Da geht es wirklich um einen Exkurs, um nochmal tiefer in ein Thema reinzuschauen. Nämlich das eine ist die Chart-Technik, was hier der Autor auch aus ein paar Aspekten raus auch kritisch betrachtet, aber gleichzeitig sagt, man kann natürlich bestimmte Aspekte auch davon verwenden. Das andere ist natürlich, in dem Fall ist das Kapitel 9 hier, der Exkurs in den Bereich Rechnungslegung. Das heißt, wirklich mal zu schauen, wie lese ich eine Bilanz, was kann ich da rausziehen, wie mache ich hier auch eine GOV-Rechnung, wie kann ich wirklich gucken, was ist der Wert von einem Unternehmen. Und das ist natürlich speziell als Exkurs, weil das ist nochmal ein tieferer Einstieg. Aber auch wenn man da nicht so tief einsteigt, dann ist das Buch auf jeden Fall ein Top-Tipp von meiner Seite. Und ich selbst habe da ja schon die erste Erfahrung und trotzdem habe ich neue Inputs rausgezogen, neues Wissen. Und es geht wirklich um das Thema, wie du eben auch langfristig da erfolgreich eben investieren und nicht einfach nur spekulieren kannst. Das heißt, investieren, da geht es darum, den Wert zu ermitteln von einem Unternehmen und wirklich in Unternehmen zu investieren, von denen du dann überzeugt bist, wo du sagst, da willst du vielleicht sogar 10, 20, 30 Jahre deine Anteile drin haben und nicht nur einfach ein paar Monate und dann wieder rausziehen. Das heißt, da geht es auch wirklich um das Thema Value Investing, das heißt, in echte Werte rein zu investieren. Was ich geil finde, und das sage ich auch ganz offen, weil da bin ich ein Kritiker von, nämlich, wenn ich ein Buch erhalte, was letztlich im Amazon Fulfillment Print gedruckt wurde. Und oft ist das ja nicht direkt ersichtlich, wenn man es bestellt. Als kurzer Hintergrund für dich, was ist der Unterschied? Es gibt zum einen die klassischen Verlagsbücher, die auch in einer Druckerei gedruckt werden, in einer größeren Menge und dann versendet werden. Und es gibt die Bücher, wozu das hier auch zählt, die dann gedruckt werden, wenn die Bestellung raus ist. Und das nutzen ab und an immer wieder Autoren, die auch dort gegebenenfalls kein Verlagstil bekommen haben, bei einem großen Verlag. Und dort leidet dann manchmal die Qualität. Das ist bei dem Buch nicht so. Da war ich positiv überrascht, sage ich ganz offen. Und habe ich direkt schon gemerkt, als ich reingeschaut habe, nämlich, das ist immer das erste positive Signal. Der Autor verwendet wirklich viele Fußnoten. Es ist auch sauber lektoriert und es hat ein großes, umfangreiches Literaturverzeichnis mit auch unterschiedlicher Literatur drin und nicht nur einer einzigen Quelle. Deswegen da positives Feedback in dem Fall auch definitiv zu empfehlen. Mein Börsenhandbuch von Florian Stanlein vom Börsenlearning zum erfolgreichen Investor. Da wünsche ich dir viel Erfolg und wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen hoch lassen, gerne auch das Video teilen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder beim nächsten Mal hier sehen bei den Top 100 Buchtipps. Viel Spaß und viel Erfolg beim Investieren. Dein Dominik. Ciao, ciao.